Wir werden hier im Bereich bis in die Höhe, wo ein Kubikmeter Boden abgewagert werden, von dem auch ein großer Prozentsatz aus der Einungsschwindung steht. Mit der Fliegenströmung zwar am Tag ca. 54 Millionen Kubikmeter Wasser und ein sichtiger Schwindung zwischen 1,5 und 4,5 Tonnen. Wir sehen schon am Gebiettag der Röschenbrücken der NWO der Nordwestenleitung und hier mit der hauptsächlichen Höhe an den Lande mit Höhe in der Stunde aus dem Platz der Schiffe entladen. Somit beträgt die Liebelzeit nicht länger als 24 Stunden. Unter dem Länge 274 Meter lang, 48 Meter breit, hat einen Tiefgang beim Einlauf in Münzhafen knapp 13,20 Meter und röscht hier eine kleine Lagerung ohne Größe und zwar 68.000 Tonnen. Der Flug auf einen stark privaten Anschlüssel zerlegt und weitgehend ist die Erde. das Gerät ist die Erde. Kapsel 1- sorry, Kapsel 1- sorry, Sachen. Potwheiny in Münzhofer 30,400 Tonnen,